Heyho und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Unite mit mir, Turtle von Void. Wir haben beim letzten Mal uns, ähm, wie sagt Floa näher angesehen? Davor war Zoraora oder wie auch immer dran. Dann würde ich sagen... Oh, shit. Sonst nicht, sonst kein Problem. Kann ich, kann ich den Lammus haben vielleicht? Müssen wir mal, müssen wir den Lammus freimachen? Oder wir zocken mal richtig... Oh, verdammt. Ha! Nehmen wir. Perfekt. Nehmen wir jetzt Lammus. Pikachu hatten wir ja ganz am Anfang. Ähm. Oh, dann können wir noch editieren. Können wir noch das hier mit rein machen? Ähm. Na ja, das passt schon so. Perfekt. So. Wir haben ein ziemlich cooles Team, wie ich finde. Aber die auch. Gerade hier, diese Eiswulnona, das nervt. Das nervt. Das kann schön stunnen. Ich weiß auch noch, ich habe nur vergessen. Was kann ich denn überhaupt? Ich kann... Irgendwenn einschläfern. Einschläfern. So eine coole Welle. Und so ein Wasser strahlen. Aber was ist was ist? Was ist was? Ähm. Das werden wir gleich sehen. Gartschop. Ready? Go! So. Ich bin der Dicke hier. Kommen wir hier hin. Hier runter. Was ist das denn? Wie heilen? Heilen und ausruhen oder was? Was sind wir denn hier? Was kommt denn noch? Oh no! Gibt er neben? Oh yeah! Alter, wir sind ja jetzt schon weiterentwickelt. Gehen wir schnell. So. So. Okay. Okay. Dann machen wir das halt so. dann schmeißen wir doch die ersten pokies pokébälle da einfach mal hier drin er hat keine ahnung was gerade passiert schöne sache team schöne sache so auf dem weg nach oben snacken wir uns doch hier macht diese grüne beere eigentlich noch was besorgen oh ist es dieser so singel ist dann Looks like... Wo ist er? Ja. Dann porten wir uns mal kurz zurück... Warum... Wir haben einen Afkala! Schweinerei! Ich finde jetzt aber doof. Afkala in so einem Spiel, ne? Was kann ihr allein? Ich denke, ich kann mich fighten, oder was? Ich bin auf der anderen Seite... Ich bin auf der anderen Seite... Wer ist jetzt hier? Denkst du hier, ich kannst mich fighten, oder was? Ah, Plan hat nicht ganz gerückt, glaube ich, wie ich wollte. Oh, yeah. Boom, boom, boom. Nein! Easy-Snack-Arena. Hauen wir uns noch mal eben? Okay. Nicht? Macht das halt. Futz! Den nächsten weggeputzt. Den nächsten weggeputzt. Ah, da sind jetzt beide Bären gesnackt. Oh, die Sack-Krater. Entschuldigung. Der Sack! Dann bleiben wir nur beim Sack. Easy Sache. Aber ganz easy. Nein! Nein! Oh! Oh, verdammt! Lauf! Jawoll! Nein! So, da mal. Darf ich das jetzt bitte mal irgendwie abgeben? Ich würde ziemlich gern jetzt mal Punkte abgeben hier. Dann habe ich das versucht zu? Nein! Wie? Wie多 es nochmal das gefällt seele ich bin da super supporter direkt gerät und hat mit dem afk war ich finde es ist Come on Keines ist für turtle Nixos assistos We have a huge lead So So, how many lives did this here? 79 warum kriegen wir ihn gerade doppelte 432 zu 199 damit haben wir gewonnen erste runde lamus gewonnen ich war sogar mvp ich war mit einem punkt mvp lol mvp und assist master next geil mit slow bro war ich am start ich habe irgendwie schon wieder da eos energie so ach jetzt habe ich wieder so ein extra punkt gut work so far by the way we have you in the world so exchange jetzt ok ok wir haben kassel tickets okay davon kommen die 30 jahre das energy die energy 1280 diese 30 die man einlösen kann sind für die ganze egal weiter mit lamos Nein, gib mir Lammus Ja Danke Dankeschön Sehr cool Denke ich da dran Denke ich da drauf Ich glaube wir bleiben beim Trunk erstmal Ich glaube wir bleiben erstmal beim Trunk Bislang hat glaube ich nur Dieser Flur verloren Die arme Socke Aber die Winrate wird bei den anderen Auch bald runter gehen Jetzt gerade am Anfang haben wir noch Glück Da kriegen wir noch ein paar Dullis ab Aber umso länger wir hier spielen Erstens lernen natürlich die Leute Hier das Spiel viel viel mehr Und Ja Wir kriegen halt auch einfach bessere Gegner mit der Zeit Deswegen Deswegen Möchte ich auch bald in die Ranks starten Aber ich möchte erstmal wie gesagt die einzelnen Champs hier Also Champs Einzelne Pokés hier alle durch haben Jedenfalls die die jetzt für mich aktuell spielbar sind Dann Gehen wir in die Ranks Da werde ich aber auch bestimmt nicht jedes Einzelne hochklar Äh Weil ich Jetzt werde es dafür auch so zocken Klar Perfekt Gehen wir auf Die sind zu dritt hier oben. Okay. Okay. Was ist los mit denen? Mega gut. Ich habe die alle drei platt gemacht. Spast schon. Flamos. Ich bin Lamos. Lamos mächtig. Lamos mächtig. Lambu. Ah, Tua! I'mma! Emits? Hey! Hey! Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Oh... Hey! Hahaha. Oh! Ne, dann ne. Okay, komplett daneben. Rotom zum Angriff! Oh, unser Vogel ist auch richtig gut dabei, ne? Unser Vögelchen! Oh yeah! Kannst du drei Punkte nehmen, mein Gott! Ja, hier sollten wir nicht zu tief rein, zack! Noch ein Füncher. So, ich geh mal hier nach unten und verstärk mal unsere Leute hier. Moin! Lammus hier! Ich habe gehört, hier wurde ein wildes Maschock entdeckt. Du bist gestunt, Bruder! Sorry, Alter! Ah, dafür bin ich da! Oh! Reiß mal die Bude unten ein! Gut! Zzzzzz! Alter, kann der uns lange umfällen! Jetzt frisst den doch mal! Ich saug dir aus! Ich saug dir aus! Ich saug dir aus! Oh, lege die lege! Ich saug dir aus! Ne! Keine Chance! Viel zu lange da geblieben! Viel zu lange! So, Mist! Oh, da liegen noch... ...und... 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 ...so, moin! So, da war er aufgeräumt hier! Alter! Alter, warum hält denn der so viel aus? Warum halt ich nicht so viel aus? Oh, da, da! Oh, da, da! Okay. Okay. Und... filter rein! Da hätte ich lieber weggehen sollen. Und mir zu lange gekämpft, aber wir hatten nen großen Vorsprung! ich denke mal hat geben tendiert sich so eine gewisse richtung ich meine noch zwei plattformen der kommt der absturm ja dann noch mal schön klang naja wir kann man es ja machen mit langen hilfe ich bin da muss was in team was 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 time's up 461 zu 313 weiter so lamus lamus das muss aber diesmal hat es mit abstand nicht zum mvp gerecht schade aber auch aber die meisten assist hatten immerhin immerhin gleich in die nächste runde keine zeit vertrügelt ab ins nächste game nein Gott sei Dank, haben wir Glück gehabt, dass wir wirklich immer genau unsere drei da kriegen, also unsere Pokémon hier, die drei Male, add. Ich glaube, wir nehmen mal an die Sieg mit. Bleibt, bleibt, läuft, läuft, wie ein Länderspiel, sagt man doch, glaube ich auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jawoll, Fleckmann. So, zack. 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 1 3 4 4 4 5 6 6 Ja, nice 4 5 5 7 10 8 10 9 Das kommt so shitchen ab. Hier Ah, blubb. Hey, was ich bei der Weggeld? So... das hat er gemacht oh der war schon bei sechs kids dabei die karte von den können zu einem ernsten problem werden das hat mir richtig auseinander genommen jetzt gehen wir noch hier oben rotom rotom fokuss Oh Okay. Ich kann mich nicht mehr versuchen. Okay. tot 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 da wäre ich doch ganz rot das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus zack zack nicht da keine chance das halte ich nicht so lang aus ich glaube das sieht sogar leider gut aus für die aktuell ja auf jeden fall ein von deren dings ist steht nämlich noch da war ein dick da sehr schön schön aufgeräumt ok lamus ist aber wirklich kein gem für mich ich glaube da spiel ich lieber zu roi der wach nicht mehr schmerz ja struggling keep up yes ah knapp in meiner amnesia vorher ready gewesen hätte ich also hätte ich die früher hochgelevelt siehe das vielleicht anders aus schade auch knack krack jawohl und let's go bei Schnell! Oh, yeah! War das der Matchwinner? 528? Ja! Okay, Matchwinner vielleicht nicht, weil wir hätten vorher schon gelegen gewonnen. Aber, das waren nochmal saftige 100 Punkte auf unser Konto. Das war richtig gut. Ah, knapp am MVP vorbei. Aber 9 Kills, 9 Assists. Und gut Pokéball abgegeben. Richtig nice. Wand 007 hat da nicht so zugeschlagen. Nice Sache. So, ich glaube, das war Game Nummer 3. Fazit, Lamus ist ganz lustig. Aber ich glaube nicht, das wird mein bester Freund. Also, kann man mal spielen, aber... Andere fand ich jetzt cooler. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein! Auf Wiedersehen! Sch took's meiner Zeit. Auf Wiedersehen! bis zu der rokete Musk providers. mothers roundel. Bis zumal! Vielen Dank.